so ein leute da sind wir wieder bei die aber gaming tv nach langer abstinenz endlich mal wieder am zocken ja hatte ja so seine gründe ich weiß nicht ob ich gesagt habe ich glaube eigentlich nicht und zwar umzug großer umzug da und jetzt halt wieder voll dabei und da wo ich jetzt als erstes mal wieder mit masseffekt weitermachen wenn ich mir gedacht habe lasst jetzt mal nicht so offen stehen die letzte reihe sondern muss auch zu ende aber erst mal wieder selber einfinden das scheint noch so weit zu gehen ein bisschen zielwasser trinken dann geht das auch alter was hat der herz ok ui gehst du weg gehst du weg deine mama so next one oh komm leg dich da nicht hin mein freund das lohnt sich doch nicht wuuu passt mir gar nicht mehr jetzt komm die wechseln brenn schlampe brenn hui hallo werde ich auch mal gefragt hallo oh nicht gut nicht gut nicht gut oh ok doch noch nicht eingefunden das war nicht peinlich naja alle guten dinge sind 25 musik 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 kopf so so nochmal diesmal bleibe ich einfach in deckung wie eine kleine muschi was waren das mit diesen roten strahlen für eine attacke ich weiß es nicht mehr schreibs mal bitte in die commis ich bin irgendwie gerade zuvor zu googeln äh radadadada ähm auch was let's plays nebenbei noch angeht ich mache als nächstes höchstwahrscheinlich erstmal Assassin's Creed 3 schon geordert join or die edition gibt es auch wieder ein unboxing meinerseits und dazu noch vielleicht ein let's play classic zu ähm ich weiß noch nicht bin am überlegen entweder so ein bisschen kinderspiel so toy story 2 oder eventuell ähm bad company 2 könnt ihr mal kommentare oder so schreiben was euch lieber wäre mir ist es relativ flat weiter mhm da da so 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 das hängt doch hallo habe ich was von hochgehen gesagt alter ist jetzt kaputt warum hängt das so warum hängt das so dass er kein update gemacht scheiß updates so der ist weg hasta la vista der ist weg glaube ich auch erstmal noch ein bisschen money aufpacken meins 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 schon voll ok gut ach ja was auch noch beantworten wollte ich hatte schon zwei dreimal die anfrage ob ich nicht ein let's play zu skyrim machen können aber dazu ehrlich gesagt nein weil das wäre einfach endlos und skyrim ist ehrlich nicht mehr so meins oh jetzt kommt gleich meine lieblingsstelle oh ja das ist meine maschine oh komm ich klippe sie einfach aus weil sehen ob ich 3 auf einmal schaffe 3 auf einmal ich pack 15 auf einmal na komm oh nicht hoch bleibt brav und bleibt brav und füllt euch gar nichts ein ich finde das ein bisschen eintönig auf wo bleiben die grossen Der alte Reden hat der Mensch, Pille, Falle. Pille, Falle, yeah. Waaay. Oui. Oh oh. Merde, Gott. Komm schon. Hallo? Das Ding ist aber ein größeres Mag. Er hat Mag gesagt und nicht Magge ziehen. Faule Abkürzung. Oh. Das ist ein Kruppelrücken. Das ist Quasimodo. Oh. Nicht gut. Gefällt mich nicht. Gefällt mich ganz und gar nicht. Wow. Alter, ich bin noch rausgewickelt. Was ist mit deinem Arsch los? Was ist mit deinem Arsch los? So. Ein Problem weniger. Oh, verreck. Das war sie. Wow. Weg, 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 weg. Danke. So. Man, ich wünsche, ich würde diesen Namen mal wegkriegen. Na ja. General Victors. Wo ist er denn nur? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, das ist ja ein Feind. Oh, ja. Rutschparty. Verdammt, sehen Sie sich Perle benannt. Das orangefarbene Inferno, das große. Dort wurde ich geboren. Das ist hart. Boah. Haben Sie noch Familie dort? Mein Vater, eine Schwester. Wie schlimm ist es? Drei Millionen Tote am ersten Tag. Fünf am zweiten. Wie hält sich Ihr Militär? Sehen Sie sich um, machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Doch. Aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Wir hätten bereit sein können. Vielleicht. Eben. Wir hätten jetzt noch mehr. Ja, ein Magazin, drei Tote. Wey. Höh? Jetzt bin ich verwirrt. Und in New York wimmelt es von diesen ekligen Drecksdingern. Wir hätten hier nicht mehr lassen. Okay. Das wird übel. Und zwar von vorne bis hinten. Von vorne bis hinten. Von hinten bis vorne. Aber Sie sind hier, um Bigtis zu bitten, dass er genau das tut. Ihr soll den Kampf verlassen und es sich in einem Konferenzraum bemühtlicht. Na. Ach so. Ach so. Niemand von uns besiegt die Weaver allein. Da ist er. Da ist er. Oder nicht. Alles meins. Was ist er? Wo lang? Da lang? Gut, wenn wir einfach mal da lang. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Wow. Mir auch. Und hepp. Oh. Ui. Jetzt hängt's. Jetzt nicht mal. Bigtis. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ist er da unten? Ja, wo ist er? Wo ist er? Ist er das? Ist er da? Hm. Hm. Na. Hallo. Danke. Knallharte Hund, du. Das klingt nach Spaß. Oh. Ähm. Das machen wir folgendermaßen. Und zwar. Ne. Mit Eis. Gut. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Ach komm. Hab ihn. Die Anlage vorrücken. Schon unterwegs. Ach du. Direkt hinter ihm. Gab's denn nicht mal so'n Sofa-Schuss-Magazin? Mensch, man wird ja ganz cool. Oh oh. Oh oh. Fuck. Ähm. 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 Da da. Gut. Auf. Tschüss, Alter. Schuss. Ö. Und. Ciao. Oh!